Ja, der zweite Teil schließt sich an an unserer Blau-Weiß-Interviewed-Ausgabe mit Jürgen Jasula. Jasu, wir wollen von dir kurze Antworten in unserem Format Kurz und Knackig und da kommen jetzt die ersten Fragen auf dich zu. Was ist denn dein verstecktes Talent? DJ. Lieber in einem Nachmittagsspiel bei Sonnenschein oder einer Flutlichtpartie bei Nieselregen auflaufen? Flutlichtpartie. Wer war die wichtigste Person in deinem bisherigen Karriereverlauf? Familie, kann man das sagen? Lassen wir gelten, die ganze Familie. Wer war denn dein härtester Gegenspieler in deiner Karriere? Lionel Messi. Du planst einen Filmabend, entscheidest du dich denn eher für eine Komödie oder für einen Action- oder Horrorfilm? Schwierige Frage, aber ich glaube Actionfilm, ja. Deine Lieblingsserie auf Netflix? Narcos. Wie verbringst du deinen freien Tag am liebsten? Viel schlafen und ein bisschen spazieren gehen, shoppen, sowas mache ich auch gerne. Selbst kochen oder bestellen? Bestellen. Wo denn? Oder? Wo denn? Boah, immer unterschiedlich, aber wenn es geht, auf gesunde Basis, ja. Wir sind dich auch ziemlich häufig an der Kaffeemaschine. Wie viele trinkst du denn an einem Tag? Unterschiedlich trink ich viel Kaffee. Ich komme manchmal schon auf vier bis fünf Kaffees am Tag. Bist du denn dabei eher der Genießer oder kommt es dir auf die Wirkung an? Genießer, ja. Bist du denn dabei eher der Genießer? Tag Mr. $1. Tag Mr. $1. Zeigen öffentlich задач, selbstbest曾. Tag Mr. $1. Tag Mr. $1. Tag Mr. $1. Tag Mr. $2. Tag Mr. $1. Tag Mr. $ feels noget. Tag Rahaersal. Untertitelung des ZDF, 2020